Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zur letzten Folge vor der parlamentarischen Sommerpause von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute natürlich um die große Katastrophe, um das Desaster, um die Tragödie der letzten Tage geht, um das Hochwasser in unserem Land, zunächst in Rheinland-Pfalz und im Westen Deutschlands und zwischenzeitlich auch bei uns in Bayern, insbesondere im Landkreis Berchtesgaden. Dazu haben mich eine ganze Reihe von Rückfragen eurerseits erreicht und ich greife stellvertretend unter Ihnen diejenige von der Julia aus Dillingen heraus. Deshalb war die Julia einerseits genauso betroffen, wie ich glaube wir alle war von den Bildern, die wir da gesehen haben, von der unfassbaren Anzahl an Menschen, die ihr Leben gelassen haben in dieser Katastrophe und all der Verwüstung und Zerstörung, weil die Julia darüber hinaus aber, und das halte ich für sehr wichtig, die Frage stellt, welche lehren wir als Freie Wähler Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag jetzt aus dem Desaster, aus dieser Tragödie, die da passiert ist, ziehen wollen. Ja, liebe Julia, zunächst einmal will auch ich zum Ausdruck bringen, dass das, was uns da an Bildern erreicht hat, dass das unfassbare Leid und die Zerstörung, die da passiert ist, etwas ist, was meine persönliche Vorstellungskraft, was die Vorstellungskraft von uns Freien Wählern im Bayerischen Landtag nach gerade gesprengt hat. Die Bilder, die wir da gesehen haben, sind verstörend und ich glaube, dass es darüber hinaus auch eine Art Hilfeschrei von Mutter Natur ist, dass es ein Weckruf sein muss für uns alle, jetzt das Thema Klimaschutz, das Thema Umweltschutz noch stärker in den politischen Fokus zu rücken, nicht nur darüber zu reden und die Ziele, die wir uns da setzen, immer und immer wieder zu vertagen vom Jahr 2030 auf das Jahr 2050 und so weiter. Nein, Klimakrise ist jetzt. Die Auswirkungen in der Klimakrise, Starkregen, Unwetterereignisse, die sind bereits real. Jeder, der den Klimawandel leugnet, wie etwa die AfD im Bayerischen Landtag, der ist ein Schaumschläger, ein Quacksalber und der spätestens jetzt von der Realität widerlegt. Ja, wir spüren schon jetzt die Folgen des Klimawandels und es ist auch jetzt die Zeit, zwingend unendlich zu handeln. Und deshalb haben auch deine Frage sehr gerne aufgegriffen, welche Lehren sind zu ziehen aus dieser Erkenntnis, aus dieser schrecklichen Erfahrung der letzten Tage. Was muss Politik jetzt ändern? Was muss Gesellschaft ändern? Ich glaube, es ist immer schwierig, da wenige Stunden, wenige Tage danach schon den Masterplan vorzulegen. Aber ich meine doch, dass es angezeigt ist, mindestens drei Schlussfolgerungen zu konkludieren aus dem, was wir da jetzt erleben mussten. Eine eher kurzfristige, eine mittelfristige, eine langfristige. Ich glaube, dass wir zunächst jetzt politisch in der Pflicht sind, und zwar ganz kurzfristig und absolut unbürokratisch zu helfen. Ministerpräsident Markus Söder hat in der Corona-Krise immer wieder das Saying, whatever it takes, gepflegt. Also, was immer nötig ist, um zu helfen, um jetzt Menschen zu schützen, um Menschen wieder zurück auf die Beine zu helfen, das muss getan werden. Und wir Freien Wähler sind davon überzeugt, was während Corona gegolten hat. Das muss jetzt in gleicher Weise auch für die Opfer der schrecklichen Flutkatastrophe gelten. Es muss jetzt wieder gelten, whatever it takes. Wir müssen den Menschen seitens der Politik unbürokratisch unter die Arme greifen. Wir müssen dafür sorgen, dass schnellstmöglich wieder aufgeräumt, aufgebaut werden kann, dass die Menschen genau wie nach Corona jetzt auch nach dieser Flutkatastrophe ihr Leben wieder zurückbekommen, wieder in eine Normalität zurückkehren können. Alles, was Politik dazu beitragen kann, über alle politischen Ebenen hinweg, das gilt es jetzt ganz kurzfristig und unbürokratisch und unkompliziert auf den Weg zu bringen. Wir sollten niemanden alleine lassen, der von diesem Wahnsinn getroffen ist. Wir müssen jetzt komplette und vor allen Dingen kurzfristige und unbürokratische Unterstützung leisten. Das ist der erste Punkt, der ganz kurzfristig umzusetzen ist. Und die Signale, die da gesendet werden, sowohl auf Bundesebene als auch von unserer Bayern-Koalition, der Staatsregierung aus Freien Wählern und CSU, die zeigen Gott sei Dank einen genau diese Richtung. Ich glaube darüber hinaus, dass wir mittelfristig zu einem Evaluationsprozess dessen, was da passiert ist, gelangen müssen und dass wir schon auch Nachholbedarf haben im Bereich der Meldeketten, im Bereich der Überwachung, der Warnung der Bevölkerung im Bereich des Katastrophenschutzes. Ich glaube, die Leere aus dieser Flugkatastrophe und der leider unfassbar hohen Anzahl an Menschen, die ihr Leben lassen mussten, muss sein, dass wir uns gegenüber Wasser in etwa genauso aufstellen müssen wie gegenüber Feuer. Wir legen im Bereich des Brandschutzes fest, wie viele Sekunden welche Mauer im Falle eines Brandereignisses statthaft halten muss. Wir sehen aber jetzt, dass beim Hochwasserereignis binnen weniger Minuten das Wasser über die Menschen hineingebrochen ist, so schnell, dass sie nicht mal ihr Leben und schon gar nicht ihr Hab und Gut retten konnten. Ich glaube, wir müssen da besser werden in der Überwachung und insbesondere dann, wenn die Überwachung anschlägt, auch in der Warnung der Bevölkerung. Ich glaube, dass wir da behördenseitig, verwaltungsseitig und seitens der Politik eine ganz klare Hausaufgabe mitnehmen müssen, damit so etwas, insbesondere mit so hohen Opferzahlen, nie wieder passieren kann. Und wir müssen natürlich auch beim Hochwasserschutz entsprechend nachsteuern. Einmal im Hinblick auf das Thema Flutpolder, den großen Hochwasserschutz, wo wir uns jetzt ja verständigt haben, was schwer genug war innerhalb der Bayern-Koalition und Vereine, wie ich finde, ist eine sehr gute Lösung, aber auch und insbesondere im dezentralen Hochwasserschutz. Ja, dort, wo kleinere Flüsse in die großen zufließen, dort, wo immer wieder solche Starkregenereignisse dann zu größtmöglichen Problemen geführt haben und führen. Also mittelfristig anpacken im Bereich der Meldeketten, im Bereich der Überwachung, aber auch im Bereich des konkreten, faktischen Hochwasserschutzes, um dafür zu sorgen, dass eine solche Katastrophe, Starkregenereignisse werden wir nicht verhindern können, nie wieder so groß ausfällt mit so vielen Opfern und so viel Zerstörung, wie das in den letzten Tagen der Fall gewesen ist. Ja, und drittens und langfristig, liebe Julia, ist es, glaube ich, jetzt unser Auftrag, den Klimawandel als solchen endlich ernstlich und mit konkreten Maßnahmen zu bekämpfen. Nicht wie viele grüne Ideologen das tun mit geduldigem Papier und viel wissenschaftlichem Kolloquium drumherum, sondern mit konkreten, mit faktischem, politischem Handeln. Und da sehe ich ehrlicherweise, und das halte ich schon lange für ein Absurdum dieser Debatte, insbesondere auch die bürgerlich-liberalen, ja die konservativen Gruppierungen, wie auch unsere Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU in der Pflicht. Wir sind die Konservativen, konservativ kommt von der Idee des Bewahrens, des Beschüttens. Und ich glaube, dass in den letzten Tagen mehr denn je klar geworden ist, wer bewahren will, wer beschützen will, unsere Heimat, ihre Natur und seine Menschen, der muss die Klimakatastrophe angehen, der muss ganz konkret mit Maßnahmen und mit Umsetzung und nicht nur mit dem ideologischen Drüberreden dafür sorgen, dass sich Dinge verändern, um Starkregenereignisse wie der letzten Tage, aber auch zukünftige Auswirkungen dieser Entwicklungen in den Griff zu bekommen. Nur dann kann es eine gute Zukunft geben für Natur und Artenschutz, aber nur dann kann es auch eine gute Zukunft geben, das zeigen die letzten Tage für die Menschen in unserer Heimat. Nur dann ist Bewahren, nur dann ist konservatives politisches Handeln möglich. Und deshalb gab es diese Woche ja auch die Regierungserklärung unseres Ministerpräsidenten, der, glaube ich, sehr eindrucksvoll aufgezeigt hat, wie wir Bayern vorangehen wollen beim Klimaschutz, wie eine bürgerlich-liberale Koalition aus Freien Wählern und CSU einmal mehr die Benchmark setzt für den Klimaschutz, sind nicht die grünen Landesregierungen. Es ist unsere Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU, die die Latte setzen, die mehr tun als alle anderen zusammen. Und wir werden das auch über unseren Umweltminister Thorsten Glauber jetzt dann konkret in Gesetze gießen mit unserem bayerischen Klimaschutzgesetz, das nicht nur auf geduldigem Papier ein Gesetz sein wird, sondern das anders als andernorts versehen sein wird, mit ganz konkreten Maßnahmen zur Umsetzung. Wir wollen in Bayern nicht nur über Klimaschutz reden, wir wollen in Bayern die Klimawende schaffen, wir wollen politisch die Ärmel aufkrempeln und mit konkreten Maßnahmen anpacken. Das Drüberreden überlassen wir den Ideologen, wir sind diejenigen, die handeln, die Klimaschutz auch als Chance sehen, als Innovationstreiber, als Wertschöpfungstreiber für die Zukunft unseres Landes, der einerseits notwendig ist, um konservativ Politik machen zu können, um Schöpfung, um Menschen, um Lebensqualität bewahren zu können, worin aber auch eine große Chance steckt für Wirtschaft, wenn man es richtig anpackt. Wir sind das Land der Ingenieure, wir sind das Land der Tüftler, wir sind das Land der Techniker, derjenigen, die das Brain einbringen und wer, wenn nicht wir, soll vorangehen, wenn es darum geht, uns ingenieurstechnisch auch diesen Fragen des Klimaschutzes zu stellen. Also, liebe Julia, ein Dreisprung, zunächst einmal kurzfristig unkomplizierte Soforthilfe. Bayern lässt niemanden allein, Deutschland darf niemanden allein lassen. Whatever it takes, um den betroffenen Menschen, die jetzt vor der Zerstörung ihres Hab und Gut stehen, ihr altes Leben wieder zurückzugeben, bei aller Trauer und bei allen Entsetzen, auch über die vielen, vielen Opfer, die diese Flugkatastrophe gefordert hat, mittelfristig dann Maßnahmen ergreifen, damit so etwas Konkretes nicht mehr passiert. Besser werden in der Überwachung, in den Meldeketten, aber auch im dezentralen und im überregionalen Hochwasserschutz. Und drittens ganz entscheidend, jetzt die Signale verstehen, den Weckruf von Mutter Natur verstehen und endlich handeln beim Klimaschutz, aufhören, nur Ziele zu verlagern und immer drüber zu reden, jetzt aktiv werden, genauso wie wir es in unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU jetzt noch vor der Sommerpause in dieser Woche auf den Weg gebracht haben, als Benchmark in Deutschland und in Europa beim Thema Klimaschutz. So viel, liebe Julia, zu deiner Frage mit einem, wie ich finde, sehr prägenden und wirklich schrecklichen Ereignis als thematischen Hintergrund. Nichtsdestoweniger wünsche ich euch, wünsche ich Ihnen allen jetzt ein paar angenehme, erholsame Wochen, bei hoffentlich gutem Wetter, ohne schwierige Naturereignisse, mit Erholung, mit der Möglichkeit, neue Kraft zu tanken, bevor es dann wieder weitergeht hier im Bayerischen Landtag, nach der parlamentarischen Sommerpause, wenn wir wieder die Ärmel hochkrempeln für all die politischen Themen, die unser Land und seine Menschen bewegen. Und dann heißt es selbstverständlich auch wieder, frag Fabian.